Die Neuauflage des VIX Lane X. VIX präsentiert sich hier mit einer Neuauflage des Lane. Das Bike schlägt in den Enduro-Kerben. Der steife Rahmen sorgt auch in einem hohen Tempo und im Groben für Kontrolle. Das Lane X verleitet im Geradauslauf den Gashahn voll offen zu stehen. Im winkeligen Gelände zählt es auf die Fähigkeiten der Fahrerinnen, um sich auch dort peppig fahren zu lassen. Der Ruf braucht es Kondition oder den Lift.